Ja, wir haben ja die Software-Probleme, sagen sie mir die ganze Zeit. Aber das stimmt glaube ich gar nicht, wenn wir noch nicht gehen. Ich habe euch ja gesagt, dass wir die beiden wieder geteilt. Als Vorgestellungen. Nächste Woche dann, ja. Und wir haben auch noch schon aufgetreten. Wenn wir vorgestellt, dann kriegst du das früher zurück. Oder früher. Eine Woche früher. Aber dann, an dem Tag, wir sind in Oslo, haben wir nicht eh. Es ist doch erst im 822. Also habe ich jetzt einmal trainiert und ich habe ein, zwei Sätze vorgestellt gehabt. Das ist angekommen am Samstag. Und das andere habe ich gefragt, wir hatten noch in Oslo 8 Jahren. Da haben wir noch drei Stück alle in diesem Oslo-Trade. Ja, okay. Ich hab das. Ja, ja. Ich hab vorhin die Folie jetzt abgemacht. Habt ihr gesehen, wie du gesehen hast? Da ist auch ein Soppel und so drin. Ja, ich hab das. Ich hab das, was ich. Ja, hab das. Ich hab das. Ich hab das.